hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von anno 22 5 ja wir sind hier in der arctis und müssen jetzt erstmal hier so ein anlegeplatz bauen ich würde sagen das machen wir hier ach so wir müssen erst unser kommando schiff hier locken wie schnell ist das denn hier so was sieht da ja so ein gebiet beansprungen ich glaube das ist so ziemlich das größte ja tut mir leid dass dir meine kollegen die kalte schulter zeigen wille jorgensen schön dich kennenzulernen ich führe hier ein handelsposten aber das geschäft der ist wirklich sehr nett mit dem erwerb dieser insel haben sie auch die schirfrechte für dieses gebiet erworben die arktik custodians werden sie von jetzt an mit argus augen überwachen ihre vorgaben sind streng aber beim aufbau ihrer infrastruktur sollten sie beherzigen schon die heizrichtlinien werden eine herausforderung sein okay so werden sie beschützer in der aktisregion beschützer okay sind so die niedrigen leute hier erst mal jetzt hier eine straße bauen ja was ist für eine straße machen wir mal bis hier so bauen mal hier alles sind so was sind wir werden für sie hier alles im auge behalten was ist das denn hier mit meinem mikro bewegt sich einfach befreitert okay assa kaum was hier war das ungefähr glaube ich zack 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 kann ich hier nein wieso auch hier kann ich noch zwei bauen kundenanalysen zeigen unerfülltes bedürfnis an bestimmten gütern ja so warte mal kann ich ja hier zack 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 ich muss jetzt er ist hier so ne also es macht natürlich sinn dann macht das ja sinn ne genau das steht gerade auf der agenda ok die orbiter watch ist immer noch eine gefahr für die handelsrouten ah hm sie müssen ihren raumhafen mit eigenen docks ausstatten das brauche ich auch muss ich äh das hier bauen und das brauche ich natürlich auch dafür brauche ich erst hier dieses zeug ich weiß nicht wie heißt was ist das aluminium und druckkammer ok ja die haben noch keine straßen darauf warte ich jetzt quasi ne warte ich nicht dachte ich gerade ist ok so erstmal bis hier dann haben die ja straßen und das macht sinn wenn wir das hier hin machen dann bauen wir hier so so weiß ich ob das jetzt schon sinn gemacht hat aber egal sind die fahren echt sehr langsam ne aber wir müssen mal eben jetzt hier äh da gucken ja das ist vitamin übrigens ja muss ich gemäßigt das ist alles auf null oder was oder es ist alles von hier ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher aber ich muss mal jetzt hier gucken kann ich noch nicht natürlich nicht wieso auch muss ich erstmal warten bis die hier so ein bisschen was da machen kann ich hier schon direkt was verbessern nein leider noch nicht petrochemikal kann man und okay kann ich habe ich jetzt darauf schon eine gebaut ach das hat noch keine stunde doch hä ich dachte das hätte ich schon gebaut na okay so dachte schon hier so jetzt können wir das auch bauen was ist das kommt einfach so ein Schiff angeflogen ich finde das mega geil die Optik und so ich vergesse mal einen Stopp hier einzustellen ich weiß jetzt nicht wie lange ich schon aufnehme aber egal ich werde es mal so fünf Minuten wir werden es sehen so was ist das geothermal turbin benötigt bergbauplatz was machen die ähm wir gucken gleich mal wir gucken mal so produziert pro Minute 300 Energie ja Energie haben wir ja noch eigentlich genug erstmal ey wir haben sechs wie langsam ist das Ding eigentlich ja mal ganz im Ernst hier sind nicht so noch wie viele können wir mal gucken eins war das alles ne hier ist noch zwei äh das hat nur zwei drei oder muss gehört das geht das auch noch alles dazu was soll da denn gebaut werden vielleicht eine Brücke oder so zu dem anderen ja so drei oder vier Plätze haben wir noch für so einen Bergbau aber ist ja auch nicht gerade viel sagen wir aber das brauchen wir noch nicht das brauchen wir sowieso noch nicht war klar dass ich ich kann das System noch verbessern da fehlt nur etwas Feinkalibrierung achso ok ähm escape ich mal schön drücken ja ich hab aber noch nicht hier so Petro Chemie was auch immer Dinger kann ich das vielleicht verbessern laut der Kampfdaten die ich erhalten habe hast du eine reelle Chance toll geheimnisvolle Frau tsch ja naja das bringt mir alles nichts hm mir fehlen diese Petro Dinger ich guck mal ob ich jetzt äh das mittlerweile ausbauen kann ach ich brauch dafür erst meine Beschützer ok dann muss ich jetzt erst äh das hier verschieben ein war das glaube ich äh ja genau ach toll nicht dein ernst oder ach so ich hoffe jetzt habe ich diese 50 Schützer gleich mal da oder gucken sieht vielleicht ganz gut aus da geht es natürlich nicht da könnte ich jetzt mal eins hinbauen aber es dauert erstmal 46 47 komm ich finde das so also diese Optik und so ich habe das jetzt nochmal verbessert äh ihre arktische Siedlung wächst konstant die Personalanforderungen für die Docks ihres Raumhafens sollten inzwischen erfüllt sein ok so das Klima die kaum verhalte Wunde der Erde mal sehen was passiert wenn ich an ihr kratze Warnung Klimastabilisatoren Netzwerk erzeugt Wetteranomalie externe Manipulation entdeckt Systeme reagieren nicht Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe sie kontrollieren das gesamte Netzwerk der Klimastabilisatoren das wird in einer Katastrophe enden sie sind dafür verantwortlich das Mondlizensierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht wir verweigern ab sofort die Unterstützung und halten sie sich aus unseren Angelegenheiten aus ich habe da jetzt gar nichts gemacht wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen wie Jorgensen hat recht sie müssen einschreiten mit offizieller Erlaubnis oder ohne führen sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbiter Watch durch oder zerstören sie sich wie mache ich das wenn sie müssen ok ich schätze mal dass ich das hier machen muss wieder ich hätte da einen Job für dich aber da könnte es richtig zur Sache gehen ja witzig muss ich aber machen wenn die da alles zerstören sonst bin ich nachher der Doofe ok so ob wir jetzt immer noch geheilt werden siehst du den Schlamassel die Transmitter erzeugen überall Interferenzen und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewahrt ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen wie wir damit fertig werden sollen ein Glück dass du uns nicht hängen lässt vor langer Zeit haben die Leute geglaubt dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist wir werden beweisen dass das stimmt ja aber versuch das mal ok so ich hab drei Schiffe und bringe so einen Sicherheitsstufen erhöhen Feuer frei so dann machen wir nochmal direkt ja alle zerstören so so Waffensysteme bereit so den kleinen den schicke ich nach hier alle zum Einsatz und den Rest den schicke ich nach hier boah jo was machen die denn hier das ist schon heftig wir werden angegriffen ja ja ich weiß komm zerstören also es ist wusste nicht dass es hier wirklich so richtig umkriegt und so das wusste ich erst gar nicht Feuer frei verstanden scheiße ich hab ein Schiff verloren alle zum Einsatz ok ok hm 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 ok ja toll verstanden was das die kommen doch jetzt dahin oder nicht ok energie auf schilde umgeleitet roger roger ok ok so 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 einschiff ja 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 wir haben schon wieder ein Schiff verloren wir haben nur noch ein einziges Schiff wir haben nur noch ein einziges Schiff was soll ich das denn machen alle zum Einsatz also ich das schaff mal ganz im Ernst wir werden beschossen wir werden beschossen das brauche ich gar nicht hä wer schießt denn jetzt noch hier bereit für Einsatz ja ja komm ja komm Positiv. Du bist nicht tot. Toll. Glückwunsch. Neuen Ab... Da wurde dir aber ganz schön der Hintern versorgt. Das hast du recht gut gemacht. Ja, wir gehen mal wieder zurück. Zu... Ja, das haben wir schon gemacht. Das müssen wir noch machen. Wir machen erst mal das jetzt noch zu Ende. Also ein bisschen hier. Und dann... Ja, warte mal. Was? Äh... Ne, Wannfabriken mit Modulen. Achso, ja, ja. Das weiß ich ja schon. Da bin ich ja schon fast fertig hier. Ja, das will ich nicht. Ach, Mensch. Das wird auch nix hier. Okay, so. Was ist das? Kundenanalysen zeigen. Unerfülltes Bedürfnis anbestimmen. Ja, wie soll ich denn hier die Vitaminen... Du trinkst... Achso. Ne, du nicht. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Ja, genau. Haben wir ja gerade schon gesehen. Na, hab ich ja nicht. Ich weiß nicht. Wir gehen mal wieder zurück. Und dann gehen wir mal wieder hier hin. Und da gucken wir mal, ob wir unsere Schiffe verbessern können. Ach, ich hoffe noch. Wie viele Arbeiter habe ich denn, Alter? Okay, so. Hier. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in... Okay. Ja, alles gut. Wo war denn nochmal hier so eine Militärbasis? Hatten wir doch auch schon mal, oder nicht? War doch auch hier irgendwo. Ne, das ist... Das war das nicht. War nicht das, was ich meinte. Ja, genau. Den. Ich weiß, dass es nicht über offiziell... Ah, den. Also, ich erledige den Job. Das ist ein Plan. Okay. Lagebesprechung. Wenn du deine militärische Ausrüstung testen willst, solltest du das meinen Daten zufolge jetzt tun. Schiffe upgraden. Ach, komm. Hier, mach mal. Äh, hör mal. Ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schieße... Komm, wir versuchen so einmal. Müssen wir ja wohl. Schönen Krieg haben wir hier veranstaltet, ey. Siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen überall Interferenzen. Und sie... Gesehen alles. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären... Ja. Das haben wir gerade schon gehört. Vor langer Zeit haben die Leute... Ja, habe ich auch schon gehört. Leute, Leute, Leute. Ich möchte jetzt diesen Krieg hier gewinnen, ja? Und nicht hier so einen Hampelmund machen. So, erstmal alle auf den. Alle zum Einsatz. Zack. Da sind wir. Was? Was? Wir werden angegriffen. Feuer frei. Davon haben wir noch zwei, anscheinend. Und die haben wir auch direkt zerstört. Das macht das hier zerstört. Feuer frei. Das hier geht auf den. Dann machen wir alles... auf... nach hier. Wir werden beschossen. Energie auf Schilder umgeleitet. Okay. Okay. Hier auch. Alle zum Einsatz. Bereit für Einsatz. Temperaturdrohnen. Mhm. Ich bin hier richtig... Action, Alter. Boah, die Nacken besteht. Der geht jetzt da hin, schön. Raketensperrfeuer. Was ist das? Okay, so. Dann greift er mal kurz hier an. Ja. So, ich werde ihn jetzt hier noch angegriffen. Die ganze Zeit. Gehen wir jetzt erstmal alle hier drauf. Mal schön alle zusammenbleiben. Okay, so. Jetzt gehen wir hier hin. Zack. Und da machen wir natürlich noch ein Schutzschild da hin. Energieschilde aktiv. Näh. Okay Das war gut Habe ich so das Gefühl Ja komm mach kaputt Ich kann jetzt schlecht warten bis Bis der repariert ist hier oder? Ich möchte eigentlich nur das hier reparieren Wieso ist das Nicht reparierbar Ich habe leider schon eins Verloren Okay so Sagen wir mal hier noch ein bisschen zu Ach das ist dieses komische Zeugs Ich muss mir immer ziehen Naja das meint gleich so Zack Jo was war das denn? Reparaturdrohnen gestartet Starte Nuklearraketen Energie Schilder hochgefahren Ziel bestätigt Sie sind unterwegs Ziel bestätigt Waffensysteme bereit Feuer frei Wenigstens wissen wir jetzt Dass du unbewegliche Ziele treffen kannst Bereit für Einsatz Tja dann ist es ja gut Dass wir mehr als ein Gebäude haben Was Okay so Alle zum Einsatz Wann komm ich mal in der Zeit So erstmal hier hin Bestätigt Muss ja hier das Möchte die eigentlich reparieren Jetzt hier Aber äh Kommt alles so nicht Wie ich das möchte Bisschen doof Volle Kraft voraus Einfach ein bisschen einsammeln Hier schön Reparatursysteme online Starte Nuklearraketen Hier iałem Messer Kleine stub Kablig R H dell die sehen